Vyutkatasana, auch genannt Vyutkatasana, ist die andere Stuhlstellung. Aus der Stehhaltung herauskommend die Füße entweder zusammen oder etwas auseinander, beuge die Knie so weit, dass die Oberschenkel 90 Grad zu den Unterschenkeln sind, halte aber die Arme oben. Man könnte diese Stellung nennen auch Urdhva-Hasta-Udkatasana oder eben Vyutkatasana, weil in Udkatasana Grundstellung du die Arme nach vorne ausgestreckt hast und Vyutkatasana ist dann eben die andere Stuhlstellung. Udkatasana heißt übrigens die ausgedehnte, die intensive, auch die schreckliche, weil wenn du sie länger anhalten willst, ist das wirklich schrecklich anstrengend, aber sehr gut für Quadrizeps und Gluteus Maximus. und jetzt wiederholen wir das Schrecklich-Alge. Vielen Dank.